Hallo aus dem Wiener Wald. Ich bin heute in Grub gestartet. Geht über die Wiener Hütte und die Berchtolsterfer Heide rüber zur Kammersteiner Hütte zur 45 Kilometer Tour. Bei herrlichem Wetter, noch aber relativ schweinekalt. Minus 2 Grad. Ich fahre heute wieder mal mit den Stülpen am Lenkrad. Damit kann ich bequem ohne Handschuhe fahren. Ja, das Wetter wie man sieht ist ein Traum. Ich freue mich. Wow, ich bin jetzt am Ortsrand von Hochrot Erd. Die Aussicht da ist gewaltig. Die Aussicht da ist gewaltig. Na ja, wenn es nicht hilft, dann schaut es nicht. Das sind die sieben Eichen. Stelle ich mich halt kurz in die Mitte. Sie sehen uns beim Wochenende und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Dorfesteinhütte. So, das ist jetzt die Kammersteinhütte. Da muss ich natürlich rauf auf die Warte. Bis zum nächsten Mal. Wind da oben. Das ist hier eine schöne Aussicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.